hallo und herzlich willkommen zurück hier bei going medieval so lager ist fast fertig hier haben wir schon mal fertig für fertige mahlzeiten das lager ist das und hier kommt das lager für die rohen lebensmittel hin wir müssen noch die regale gebaut werden und eine reihe ausgehoben ich habe hier drüber auch mal ausgehoben ich will mal schauen ob das vielleicht ein bisschen kühler bleibt wenn wir zwei hoch machen ich habe das irgendwann mal irgendwo gelesen und da drüber hier habe ich schon angefangen kalkstein blöcke zu verlegen oder verlegen zu lassen denn wir wollen unsere küche verlegen nach hierhin schlachtbank brauchen wir dafür einmal die passt hier super in die ecke rein und das lagerfeuer brauchen wir dafür einmal da hinten hin machen wir haben noch gar kein dach drauf fällt mir gerade so ein beruf vielleicht noch machen haben das machen wir aber tatsächlich mit das machen wir mit mit kalkstein boden das dach weil wir hier wahrscheinlich noch mal eine etage nach oben ziehen wollen und zwar hätte ich gern hier noch ein verteidigungsturm hingesetzt allerdings kann der erstmal noch warten wir können da war kein gar nicht durchgehend bauen das brauchen wir erst wieder ein holzbleiben hier aber da ist er doch hallo so machen wir so oder machen wir so und so so machen wir es erst mal allerdings haben wir jetzt kein material mehr derzeit positionen aus seid ihr schon weitergekommen die ersten regale sehr schön ihr soll jetzt nur moment was habe ich denn hier erlaubter medizin und ist außer kräuter gut dann darf hier nichts rein außer kräuter und nahrung nur roh johannes kohl johannes beere kohl die erste rumpel rübe karotte rohs fleisch jetzt eingelegten räucher fleisch beräuchertes fleisch so priorität sehr hoch und kopieren einfügen 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 das ist immer so eine fleißarbeit hier so ich habe eigentlich habe ich gerechnet dass er jetzt noch die letzten dinger hier fertig macht und wir müssen den leuten gleich hinter kleidung geben machen wir am besten gleich jetzt erweitern so außer assandos war das na es glücklich genau kleidung leid winter kleid winter samtos nicht kleid winter kleid winter so jetzt aber und dann können wir auch bald schon die verstärkten türen bauen wir haben nicht die ersten paar eisenbarren 66 wenn ich das richtig sehe genau das sind eisenbarren mal kopieren einfügen 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 haben wir etwa kein holz mehr soll mal unsere holzfarm ernten und wir können auch mal wieder ein bisschen jagen das ist das kalt stein der kalkstein ausgeht ist echt ein bisschen ärgerlich habe ich auch so nicht mit gerechnet gab muss ich zugeben dass uns der so schnell ausgeht das hier alles kalksteine leben erde schade der kohle der meiste kalksteine wäre tatsächlich hier wo die ganze gebäude bauen wollen wobei hier vor könnte man natürlich noch einiges wegnehmen rauchhaus haben wir natürlich auch freigeschaltet mit den regalen zusammen allerdings würde ich mir das noch sparen ich glaube diesen winter müssen wir noch das fleisch alles verkochen das können wir dann im winter im nächsten jahr aufsetzen und dafür sorgen dass wir dann genug gleich über winter haben also sind gerade alle jahren deswegen macht keiner was so bauen holztür verstärkte tür 15 holz benötigt dann würde ich doch mal vorschlagen michael erstmal da und dann darf er da bauen also doch hat er dachte gerade das holz geklaut was baust du warum baust du da warum baust du nicht hier bauen steckte tür bevor die feinde kommen am besten das wäre ganz toll das geht doch muss ich eventuell wieder ein momentchen warten bis sie wieder sich wieder ein bisschen bisschen gefangen haben was die arbeitsmenge angeht liegt alles so rum alle ebenen da haben wir gleich den hier so es wird geschlachtet es gab wieder fleisch sehr schön der herbst ist auch schon da und die jetzt alle winterkleidung an da fehlt noch einmal ja gut und das braucht keine winterkleidung in der winterkleidung überhaupt vorhanden moment warum hat sie keine waffe sollte nahkampfer vertragen hier fliegt doch bestimmt noch irgendwo eine rum da sind alles bürgen da so schild ein helm liegt hier auf jeden fall noch rum nehmen wir doch erstmal den schild schild nicht schild und dann da ist eine axt in die axt ausrüsten weil aus eisen und dann kannst du noch den helm da ausrüsten also das mit dem auswählen ist echt nicht einfach ausrüsten so hast du einen lager ein hand oder zwei handwaffe breitkolben du brauchst noch ein schild so wer hat jetzt noch keine winterkleidung michel winterkleidung ausrüsten und schon wieder wäre angegriffen abkömmling bogenschützer zwei bogenschützen adepten drei moradeure ja ich habe auch gerade unsere leute ausgerüstet jetzt weiß ich wenigstens warum ganz oben einmal kurz pausieren die nahkämpfer lassen wir erstmal nahkämpfer sein vielleicht klappt es ja ohne weil wir unbedingt bald wieder ankämpfer bräuchten als zulauf als zuwachs die ganze angriffen würde ich echt gerne meine außenmauer fertig ziehen zuerst aber ich befürchte das wird nichts da brauchen wir so viel material für das haben wir derzeit nicht so alles wie geplant wie immer sehr schön wo die haben sogar die fallen alle wieder fertig gemacht das ist sehr schön so alle bogenschützen erst mal angreifender hat der bogenschütze so eine reichweite tatsache er kann von da hinten aus angreifen was das für bogenschütze bitteschön das macht dann gerade den bogenschützen platt das gibt es doch gar nicht so viele bogenschützen und alle verfehlen die sind nicht besonders gut man müsste das bogenschießen noch irgendwie trainieren können das wäre nicht verkehrt so könnt ihr einmal da runter gehen kommt der bogenschützer näher tatsache klappt so allemann wieder rauf und dann müssen es leider erst mal so weitermachen michael du könntest dran kommen diese waffe kann dieses viel ziel nicht beschädigen also santos warum kommst du da nicht daran diese waffe kann dieses ziemlich beschädigen wahrscheinlich weil er doch noch zu weit weg ist so gehe ich jetzt mal von aus dann macht den da erst mal platt so und jetzt alle einmal runter müssen wir jetzt erst mal mit warten so und sollte mal santos aber doch wieder mit dazu holen das ist wahrscheinlich der einzige treffen könnte ja wie gesagt es fehlt ein bisschen die möglichkeit bin ich der meinung dass man oben schießen richtig trainieren kann so meine leute auswählen angreifen so sieg sehr schön da macht den da auch noch kaputt na komm sehr schön und sollte jetzt alle wieder vom dient freigestellt armbrust michael du hast doch gerade stufe 10 erreicht ne oh benötigt meisterschütze 15 wie hoch ist er santos meisterschütze 12 kann er auch noch nicht tragen gibt es doch gar nicht gut wie sieht es mit langen bögen aus da ist noch ein kriegsbogen das müsste von der optik herrn langen bogen sein aber noch im besseren im lager liegen und der solide dann den den da sondern hoffen mal dass weiter geht so langsam ja das lager ich wird natürlich auch noch abgerissen es ist keine dauerlösung küche haben wir hierhin verlegt da sehr schön ist folgendes 15 20 40 45 so dass hier bis folgendes 100 dann können wir das hier nämlich schon mal beides abreißen das weg und dort weg aber da schon mal die küche was brauchen wir noch eine brauerei brauerei brauchen wir die dinge hatten auch drei stücken aber auch noch eingang und dann noch 123 da kommt hier wieder die außenwand hin oder auch nicht so dann kommt hier natürlich auch eine tür rein und das lager haben wir jetzt schon fast zugebaut das machen wir mal verkleinern ich sehe gerade die folge hat auch schon wieder 16 minuten das geht irgendwie flugs brauerei haben wir dann hätten wir noch eine große halle kann man nicht genauso bauen oder das sind 1234567 das wären 70 50 muss er haben dann brauchen wir das doch genauso 123 ach diese maus ne 234567 und kommt hier eine außenwand hin das wäre die große halle dann bräuchten wir ein eichenbrüder tempel und der andere tempel gedönster machen wir die schmal und lang oder machen wir die schmal und lang war machen aber breiter als drei wie groß ist denn der tempel so ein tempel 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 ach es nur ist nur einer wo das ist gut dann reichen drei so oder machen wir hier nämlich schon mal schön ein bisschen bauplanung moment ist falsch so und da kommen dahinter die ganze schlafzimmer würde ich vorschlagen und dann müssen wir den berg hier einmal abbauen die falsche ebene hier oben erst mal wo doch die ebene war richtig die ebene da genau und die ebene darunter bleibt noch stehen aber was heißt noch bleibt stehen so ist es doch richtig sein so da haben wir hier küche brauerei große halle tempel tempel kommen hier die schlaf gemächer hin und hier kommt die produktionsräume hin irgendwie so habe ich mir das gedacht können wir hier schon mal holztöne einsetzen überall dann kommt hier vor noch ein flur würde ich vorschlagen und da setzt man auch normale dächer drauf das heißt wir können einmal einzel ebene das abbrechen und das da auch abbrechen dann wird das nämlich die kante wo ich das dach ansitze dann müssen wir mal gucken ob es über die gesamte länge ziehen können das weiß ich noch nicht ob das überhaupt so lange ziehen können allerdings ist die folge auch schon wieder zu ende und wir sehen uns in der nächsten folge wieder bis dahin macht's gut tschüss Basis